Die Deutschen haben viel Geld verloren. 74 Milliarden Euro. Steuergelder, um Banken zu retten. Wer ist dafür verantwortlich? Ich bleibe dabei, die wesentliche Ursache und der Anstoß ging von den USA aus. Stimmt das? Und wie steht es um die Verantwortung der deutschen Banker? In Deutschland arbeiten, weiß ich was, knapp 400.000 Leute im Bankgeschäft. Das sind doch nicht alles Verbrecher. Dann sind also die Gesetze zu lasch. Gier ohne Grenzen? Irgendwann, glaube ich, hat man angefangen zu glauben, dass man Geld essen könnte. Wie steht es um die Verantwortung der deutschen Politik? Wir haben es geglaubt und haben mitgemacht. Deregulierung, Deregulierung. Und am Schluss waren die Finanzmärkte so dereguliert, dass sie sich selbst zerstört haben. Bis heute gab es keinen Untersuchungsausschuss zur gesamten deutschen Bankenkrise. Welche Fehler haben Politiker? Welche Fehler haben Banker gemacht? Fragen, auf die wir in diesem Film eine Antwort haben wollen. Bankvorstände werden sprechen. Finanzminister, Sachverständige und Insider. Das Ergebnis ist erschreckend. 74 Milliarden Euro Steuergelder für die Bankenrettung. Der Preis für Skrupellosigkeit und Unvermögen. Es fing so gut an. Endlich durfte Hemmungslos gezockt werden. Nur Spaßbremse La Fontaine, dieser linke Bedenkenträger, hat die Stimmung versaut. Aber der Party-Muffel war schnell weg. Dann kam der Kassler Oberlehrer. Prost! Auf die freien Märkte! Auch keine Stimmungskanone. Aber der Sparhands hat wenigstens nicht gestört. Der Finanzplatz Deutschland. Anfang der 90er Jahre. Ein Dorf. Gemütlich ging es zu an der Frankfurter Börse. Der Handel mit Finanzprodukten war eine langweilige Veranstaltung. Dieter Hain. Unabhängiger Bankenanalyst. Sachverständiger. Wir hatten noch eine Präsenzbörse. Da sind die Händler dann so um neun, halb zehn hin. Teilweise wurde die Börse damals sogar wohl erst um halb elf aufgemacht. Ging dann bis halb zwei. Ich weiß auch, als ich da angefangen habe, teilweise Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, kamen dann die Händler doch angeheitert wieder ins Büro zurück. Und das war dann eben nachmittags. Aber da hatten die eigentliche Tagwerk schon gemacht. Die Globalisierung aber bringt die Finanzmärkte in Fahrt. Weltweit bestimmen jetzt Mathematiker und Computerspezialisten das Bankgeschäft. Die größte deutsche Bank fühlt sich abgehängt. Hilmar Kopper. Damals Vorstand der Deutschen Bank. Wir versuchten aufzuholen. Wir hatten das Gefühl, wir hatten den Anschluss bei der interessanten deutschen Großkundschaft ziemlich verloren. Die rannte in Scharen zu unseren angelsächsischen Kollegen, die alle hier in Deutschland vertreten waren. Und maßt einer Bank wie der Deutschen Bank nicht mehr die Kompetenz in ganz wichtigen Teilen unseres Geschäftes zu. Leonard Fischer. Damals Vorstand Dresdner Bank. Wenn man in Deutschland in der Finanzindustrie gearbeitet hat, hat man immer ein bisschen mit Neid auf die anderen Märkte geschaut, wo das Geldverdienen viel leichter war, weil die Immobilienmärkte stiegen, der Verschuldungsgrad viel größer war und so weiter und so fort. In London machten junge Kerle schon Milliarden für ihre Banken und kassierten selbst Millionen als Bonus. Margaret Thatchers Finanzmarktreform, der sogenannte Big Bang, hatte 1986 die Fesseln gelöst. London City stieg weltweit zum Finanzzentrum Nummer 1 auf. Lex Van Dam, damals Händler bei Goldman Sachs. Anfang der 90er Jahre kamen die wenigsten von der Universität. Bis dahin wurde das Risiko von Leuten gemanagt, die wussten, was es bedeutet, Geld zu verlieren. Im Laufe der 90er wurden dann ständig kompliziertere Produkte erfunden, die kein Mensch mehr verstand. Klar war nur, damit ließ sich sehr viel Geld verdienen und so machten sie immer weiter. England öffnet das Casino. Das musste auch in Deutschland möglich sein. Unter dem Druck des Auslands gibt die schwarz-gelbe Regierung staatliche Kontrollrechte auf. Kohl und Weigel öffnen die Tür für den Handel mit Zertifikaten. Jürgen Stark, damals Staatssekretär im Finanzministerium. Man ist von angelsächsischer Seite immer wieder als hinter der Kurve bezeichnet worden, dass der Kontinent sich endlich auch bewegen muss. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir in Deutschland Finanzreformen durchgeführt haben, um den Finanzmarkt stärker zu liberalisieren. Und gerade bei uns in Deutschland war Deregulierung deswegen wichtig, weil wir ja unter der sehr stringenten Herrschaft der Bundesbank ja bestimmte Dinge in Deutschland nicht machen konnten, die alle Welt um uns herum tat. Wir hatten immer noch die berühmte Mindestreserve, die uns von vielem abhielt. Wir durften keine Geldmarktfonds haben. Die D-Mark durfte für bestimmte Produkte nicht verwendet werden und so weiter. Das erledigte sich dann plötzlich, das löste sich in Schall und Rauch auf und heute redet kein Mensch mehr davon. Die Mindestreserve wird gekippt. Von dieser Deregulierung bekommen die Deutschen so gut wie nichts mit. Was Finanzmärkte sind, wie sie funktionieren, das erleben die meisten zum ersten Mal beim Börsengang der Telekom 1996. Auf ihr Wohl! Frank Lehmann, damals Börsenberichterstatter für die ARD. Als die Telekom-Aktie, die berühmte T-Aktie kam, die Werbung rund um die Uhr lief mit Manfred Krug, einem Sympathieträger ohne Ende. Haben Sie nichts vergessen? Wirklich an alles gedacht? Die Telekom-Aktie! Und ein Mann namens Ron Sommer, der Popstar der Wirtschaft, unten auf dem Parkett rumstolzierte wie ein Gockel. Und der berühmte Börsenguru Kostolani sagte, die T-Aktie, das ist eure zweite Rente, ihr Deutsche. Also ein Ungar, war ja ein Ungar. Und da sind die Deutschen abgefahren. Wir haben uns dem, muss ich ehrlich gesagt, so ein bisschen angeschlossen, sondern die Party läuft ja. Warum sollen wir da jetzt plötzlich Nörgler spielen? Wir kriegen eh nur Ärger. Ich kriege auch mit dem Zuschauer, der sagt, ey Mann, Nörgler, ich mache Sie verantwortlich, wenn ich mein Geld verliere. Da habe ich gesagt, komm, Puh, Deckel drauf. Es lief ja auch alles gut. Mit Einzug des Computers steigt das weltweite Handelsvolumen gigantisch. Die Milliarde als Einheit hat ausgedient. Ab jetzt jagen Banker täglich Billionen um den Globus. Irgendwann entstand eine Kultur, in der man glaubte, dass Geld, das man mit Geld verdient, ein Wert an sich ist. Oder um es ganz einfach auszudrücken, irgendwann, glaube ich, hat man angefangen zu glauben, dass man Geld essen könnte. Und das war der Moment, wo es zu viel außer Kontrolle gerät. Und für mich war das eigentlich, begann das Ende der 90er Jahre. Jürgen Fitschen, Deutsche Bank, damals Leiter Privatkundengeschäft. Wir müssen einfach sagen, dass wir zur Jahrtausendwende angefangen haben, alle dazu beizutragen, die Instabilität, wie sie später im Krisenverlauf sehr deutlich wurde, begünstigt zu haben. Dadurch, dass wir immer an die Grenzen gegangen sind. Und dabei einige sehr alte Grundsätze aus den Augen verloren haben. Treuhänder sein. An der Seite des Kunden ist nicht mehr zeitgemäß. Herbst 1998. Rot-Grün gewinnt die Bundestagswahl. Und ein Partei-Linker wird Finanzminister. Einer, der wieder regulieren will. Mehr Kontrolle haben über die Finanzmärkte. Oskar Lafontaine ist damals 55 und SPD-Parteivorsitzender. War Ministerpräsident des Saarlandes und Oberbürgermeister in Saarbrücken. Studierter Physiker. Mir war damals schon klar, dass die Wall Street regierte und nicht der amerikanische Präsident. Das ist mir auch direkt gesagt worden. Als ich vorschlug, doch um Währungsspekulationen zu verhindern oder zu erschweren, wieder Kapitalverkehrskontrollen einzuführen und eben Absprachen zu treffen über die Kurse, also ein gewisses Festkurssystem vorgeschlagen habe, hat mir der damalige Finanzstaatssekretär, das war Larry Summers, gesagt, du glaubst doch wohl nicht, dass wir das machen. Die Wall Street hat den Wahlkampf des Präsidenten finanziert. Das war nicht so sehr ein Thema, weil ja die internationalen Finanzmärkte so ein bisschen so angenommen wurden, wie das Wissen um medizinische Zusammenhänge, wo der Patient sagt, da verstehe ich nichts von, hoffentlich macht der Onkel Doktor schon das Richtige. Also die Ärzte waren in diesem Fall die Banker und auf die hat man vertraut. Es gibt ja ein Zitat, das veröffentlicht worden ist, das in etwa die Situation im damaligen Kabinett Schröder spiegelt. Das war Joschka Fischer, der gesagt hat, ihr glaubt doch wohl nicht, ihr könntet, oder ich glaube, du glaubst doch wohl nicht, du könntest gegen die internationalen Finanzmärkte regieren. Unbehelligt von der Politik ändern die Banken ihr Geschäftsmodell. Geld sammeln und verleihen ist langweilig, bringt keine Rendite. Das Managen von Risiken ist jetzt angesagt. Sie ist damals mittendrin, denkt sich neue komplizierte Finanzprodukte aus. Derivate. Desiree Fixler, damals Investmentbankerin bei J.P. Morgan und Merrill Lynch, Insiderin. Die Investmentbanken erfanden ständig neue Derivate. Wir hielten Seminare ab. Erstmal gar nicht, um die neuen Produkte zu verkaufen. Nur um zu erklären, was ist ein Derivat. Was ist ein synthetisches CDO. Ja, ja, wir haben den Banken Nachhilfe gegeben. Was dann neu kam, waren immer weitere Verästelungen. Die Kundschaft wurde immer verwöhnter und fragte immer einen höheren Spezialisierungsgrad nach. Könnte nicht für mich was ganz Besonderes stricken. Für mein Geschäft brauche ich das und das. Koppers Strategie, die Deutsche Bank stärker auf das Investmentbanking auszurichten, geht auf. Als einzige Deutsche Bank kann sie sich in London wirklich behaupten. Das hat seinen Preis. Es ist sicherlich richtig, dass es Diskussionen gegeben hat, die an die Substanz dessen geht, was eine Bank auszeichnet. Es gab eine Diskussion, die vereinfacht etwa so war. Das alte Modell hieß, man gewährt einen Kredit, man bleibt bei seinem Kunden, bis er ihn zurückgezahlt hat. Das neue Modell, so wurde es in den Raum gestellt, heißt, wir gewähren einen Kredit in der erklärten Absicht, ihn weiter zu verkaufen. Die Konsequenz war, dass die Banken sich von der Kundennähe möglicherweise verabschieden konnten, denn die Risiken lagen später woanders. Die Bank verkauft die Risiken. Aber wo liegen diese dann? Jürgen Stark, inzwischen Vizepräsident der Bundesbank, lässt die Frage keine Ruhe. Er stellt sie Ende der 90er in einer Runde von Notenbänkern. Und meine sehr bescheidene, aus der Sicht mancher meiner Kollegen dumme Frage, wissen wir denn, wo diese Risiken dann am Ende sind? Und haben wir eine Ahnung davon, wo diese Risiken sich möglicherweise wiederum konzentrieren? Nein, das hatte man nicht. Dem Finanzsystem Grenzen setzen. Mit dieser Idee beißt Finanzminister Lafontaine beim Kanzler auf Granit. Schröder folgt lieber seinem britischen Freund Tony Blair, der nie gegen die Interessen der Londoner City handeln würde. Lafontaine tritt im März 1999 überraschend von allen Ämtern zurück. Ohne Erklärung. Seid ihr dann so nett und lasst uns heute ein bisschen Ruhe. Das wäre schön. Es gibt keine Interviews. Ich werde bereits morgen der SPD-Bundestagsfraktion auf einer Sondersitzung einen Nachfolger für das Amt des Bundesfinanzministers vorschlagen. Die britische Presse jubelt. Lafontaines Rücktritt. Eine Befreiung. Der Rücktritt traf hier nach Beendigung des eigentlichen Börsengeschehens ein. Aber die amerikanische Börse hat bereits reagiert. Sie ist deutlich im Plus. Das war ein richtiger Schlag gewesen. Ich sehe noch die Freudensprünge, als die Meldung über den Ticker kam. Lafontaine gibt auf. Also er gibt alles auf. Bundesfinanzminister war das Wichtigste. Da haben die gesagt, hey, jetzt ist die linke Socke weg. Jetzt haben wir nur noch Schröder. Und der ist ja wirtschaftsfreundlich. Das kann der Wirtschaft nur gut tun. Innerhalb von fünf Minuten ist der DAX um fünf Prozent gestiegen. Das haben wir noch nie erlebt. Und dann kommt Hans Eichel ins Finanzministerium. Gerade als Ministerpräsident abgewählt, übernimmt er nach vier Wochen Vorbereitungszeit das Amt. Kanzler Gerhard Schröder braucht einen Mann, der seiner Wirtschaftspolitik nicht im Wege steht. Hans Eichel, damals 57 Jahre alt. Er war Ministerpräsident von Hessen. Oberbürgermeister in Kassel. Sein Beruf? Gymnasiallehrer. Und die erste Aufgabe war, wenn man einen stabilen und das heißt wettbewerbsfähigen Finanzmarkt will, man muss Vertrauen in die Finanzmärkte schaffen. Also haben wir die Kapitalmarktinformationen verbessert. Wir haben die Rechte der Minderheitenaktionäre gestärkt. Das waren alles Elemente, denke ich, die deutlich auf mehr Regulierung gingen. Aber rückblickend betrachtet, es war nicht genug. Nur mehr war damals auch nicht durchsetzbar. Am 21. Dezember 1999 klingelt bei Eichels persönlichem Referenten das Telefon. Ein Wall-Street-Banker ist dran. Stimmt die Meldung, dass Deutschland Gewinner aus den Verkäufen von Unternehmen steuerfreistellen will? Das wäre doch für Großkonzerne ein Milliardengeschenk. Ich fühlte mich erinnert an den Mauerfall, wo auch die Journalisten nachgefragt haben, gilt das ab jetzt? Wissen Sie, damals gilt das ab jetzt? Das gilt wohl ab jetzt. Und genau die gleiche Situation haben wir an der Börse gehabt. Hey, was ist denn das da mit diesem Unternehmensgewinn, wenn ich weiterverkaufe? Nur Ausland? Nee, 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 es gilt. Und ich sage, das gilt ja, relativ schnell, du musst durch den Bundestag noch durch. Und ich sage, Mann, das ist ja, da löst sich ja ein Knoten. Was meinen Sie, wie die Gewinne der Unternehmen explodieren? Um 4,5 Prozent ist in diesem Augenblick der DAX nach oben gestiegen. Nicht, weil Steuerermäßigungen da waren, sondern weil diese kleine Zeile über die Ticker kam. Erst missverständlich und dann haben sie alle kapiert, was dahinter steckt. Ich glaube, die Politik hat es gar nicht gerochen, was sie eigentlich damit gemacht haben. Wie sehr die Politik den Finanzhandel in Deutschland beschleunigt, ahnt sie selbst nicht. Deutsche Banken verkaufen ihre Aktien an hiesigen Konzernen im großen Stil. Gewinne steuerfrei. Die Party läuft. Die Gewinne der Banken steigen. Aber auch die Risiken. Öffentlich wird das nicht diskutiert. Es ist Anfang 2003. Lange vor der amerikanischen Immobilienkrise kommen dem Finanzminister erste Zweifel. Ich bin damals ein halbes Jahr lang ungefähr nachts und abends ins Bett gegangen. In dem Bewusstsein, es kann dir passieren, dass du heute Nacht aufgeweckt wirst. Und dir wird gesagt, eine deutsche Bank fällt gerade um. Und dann hätten wir das machen müssen, was ich bis dahin immer strikt abgelehnt hatte. Aber später ja dann in der größeren Bankenkrise von der Großen Koalition gemacht worden ist. Wir hätten eine Bad Bank gründen müssen zum Beispiel. Der Staat hätte über Nacht im Moment, wenn er nicht den Zusammenbruch des ganzen Finanzsystems riskieren wollte, mehr Schulden gehabt. Eine äußerst unangenehme Aussicht. Die Politik ist erschrocken. Die Not heimischer Banken verleitet sie zu schnellem Handeln. Und so schnürt Rot-Grün ein ganzes Paket von Hilfen für den Finanzplatz Deutschland. Den Finanzmarktförderplan. Der enthält das Pfandbriefgesetz. Hedgefonds werden zugelassen. Ein Markt für Verbriefungen soll entstehen. Der Staat will helfen. Nicht bremsen. Dereguliert. Mehr Freiheiten für die Banken. Aber warum helfen die sich nicht selbst? Es gab keine Solidarität im Bankensektor. Und die Bereitschaft des einen, dem anderen zu helfen, um das Gesamtsystem zu stabilisieren, war nicht vorhanden. Das hat mich außerordentlich geärgert. Und alle haben es auf den Staat abgeschoben. Die Politik appelliert ans Gewissen. Die Banker haben das Geschäft im Blick. Wenn man für einen Autokonzern arbeitet, denkt man doch auch nicht daran, dass die Autos zum Treibhauseffekt beitragen. Man hat seine Karriere im Blick. Wenn man Marketing für Unilever oder für wen auch immer macht, hinterfragt man sich auch nicht ständig. Man macht einfach seinen Job so gut es geht. Da denkt man nicht an gesellschaftliche Konsequenzen. Mensch, haben die verdient. Millionen Bonus war normal. Neidisch guckten die Provinzler auf Banker in der großen, weiten Welt. Wollten endlich auch mal mitspielen. Bauernschlaue Mittelstandsbänker haben jedes Schrottpapier gekauft. Bums war Schluss mit Shampoos und Kaviar. Und Steinbrück hat brav die Bankerzeche gezahlt. Danke, Pia. Es war wie ein Schock. Ich hab's nicht glauben können. Am 30. Juli 2007 veröffentlicht die IKB eine Ad-Hoc-Mitteilung. Die Bank ist in eine existenzbedrohende Schieflage geraten. Ausgerechnet die Deutsche Industriebank in Düsseldorf. Braver Finanzierer des deutschen Mittelstandes. Heinrich Tivessen hatte Aktien der IKB im Wert von 200.000 Euro. War persönlich bekannt mit dem Bankvorstand. Die haben alles abgestritten natürlich. Ich hab mit denen vorher noch gesprochen, bevor das gekrachte. Man hat sich getroffen auf Veranstaltungen und so. Die haben die abgewickelt. Das ist alles in Ordnung. Wir haben alles im Griff. Ja, die haben alles im Griff. In Wirklichkeit hatten sie nichts im Griff. Die Milliardenpleite der IKB trifft nicht nur Anleger unvorbereitet. Auch im Finanzministerium brechen jetzt hektische Zeiten an. Seit zwei Jahren ist Peer Steinbrück Herr im Haus. Als Nachfolger Hans Eichels. Finanzminister der Großen Koalition. Peer Steinbrück. Bei Amtsantritt 58 Jahre alt. Er war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Davor Landesminister in Schleswig-Holstein und NRW. Von Beruf ist er Diplom-Volkswirt. Man muss wissen, dass der Vorstandsvorsitzende dieser Bank, ich glaube 14 Tage vorher, gesagt hat, wörtlich, dass das Risiko dieser Bank, der IKB, aus der Beteiligung an strukturierten Produkten in den USA im einstelligen Millionenbereich stattfinden würde. Und die Benotungen, die die vorher bei Prüfungen bekommen haben, ich glaube sogar noch im Mai, mindestens im ersten Quartal des Jahres 2007, waren alle positiv. Ich will sagen, die haben den TÜV-Stempel quasi auf das weiße Hemd gestempelt gekriegt. Für den Zusammenbruch einer Bank existiert kein Krisenplan. Steinbrück bittet die Deutsche Hochfinanz zu einer Telefonkonferenz. Ich kann mich erinnern, dass dort alle Bankenpräsidenten saßen, sowohl der privaten Banken wie der öffentlich-rechtlichen, wie des Genossenschaftsbanksektors, viele Vorstandsvorsitzende, die Bundesbank in Gestalt ihres Präsidenten, die Bankenaufsicht in Gestalt ihres Präsidenten oder die Finanzaufsicht. Meine erste Frage war, wenn eine Bank sich so verzockt hat, muss man sie da nicht pleite gehen lassen. Und das einmütige Echo ist gewesen, das können sie nicht tun, weil sie die Erschüttungsdynamik nicht absehen können. Und wenn in Deutschland eine solche Bank als erste fällt, welche Auswirkungen hat das in der Wahrnehmung der Finanzmärkte auch außerhalb Deutschlands? Hinter verschlossenen Türen schrillen die Alarmglocken. Öffentlich redet der Bundesbankpräsident die Krise klein. Es handelt sich in Deutschland um institutspezifische Probleme. Die IKB-Bank ist durch eine Auffanglösung, an der die KfW hauptsächlich beteiligt ist, effektiv aufgefangen worden. Insofern kann man nicht von einer Bankenkrise reden. In die Rettung der IKB fließen 13 Mrd. Euro Steuergelder. Das ist ein kleines Rädchen gewesen. Die hat versucht, mit den großen Hunden zu pissen in Amerika. Haben alle gesagt, wir machen das große Rad. Und wir haben auch Investmentbanker, nicht nur die Deutsche. Wir haben auch tolle Typen. Die US-Immobilienpakete, geschnürt in London, versprechen verführerisch hohe Renditen. 20% und mehr. Nicht nur die IKB, auch deutsche Landesbanken zocken mit und fühlen sich bis heute übers Ohr gehauen. Die meisten Produkte haben die Banken bei uns explizit bestellt. Sie riefen an, wollten maßgeschneiderte Produkte. Ja, manche haben wir den Banken auch selbst angeboten. Aber sehr oft, insbesondere im Falle IKB und bei vielen Landesbanken, waren es die Banken, die bei uns ihre eigenen maßgeschneiderten Produkte bestellten. Sie wählten das Rating, die Laufzeit, die Rendite, die ganzen Modalitäten. Sie waren zu jeder Minute einbezogen, wussten genau, wie ihr Investment ausschauen würde. Ausgerechnet die sonst so vorsichtigen Banker aus der deutschen Provinz spielen in London große Welt und suchen Unmögliches. Hohe Renditen ohne Risiko. Nicholas Dunbar, Finanzjournalist, sprach damals mit deutschen Landesbänkern. Diese neun Derivate aus London waren sozusagen die BMWs unter den Finanzprodukten. Das zog diese Leute irgendwie an. Sie wollten Sicherheit, technische Perfektion und starke Leistung. Dass deutsche Landesbanken in London so maßlos einkaufen konnten, kam nicht von ungefähr. Mit dem Staat als sicherem Rückhalt waren Kredite für sie besonders günstig. Die haben plötzlich gemerkt, dass sie viel Geld verdienen konnten. Der Staat unterstützte ja die Landesbanken über die Gewährträgerhaftung. Deshalb bekamen sie von den Ratingagenturen die besten Noten und konnten so praktisch risikolose Geschäfte machen. Dieses billige Geld steckten sie in Derivate. Und klar, das brachte ihnen sehr ordentliche Renditen. Und da war jeder Ministerpräsident. 2001 war ich noch Finanzminister. Die haben alle geglaubt, ihre Landeshauptstädte könnten große Finanzzentren sein. Quasi gegenüber Frankfurt als dem eigentlichen Zentrum. So hat man in Bayern gedacht. So hat man selbstkritisch heute zuzugeben auch in Nordrhein-Westfalen gedacht und selbst in viel kleineren Bundesländern. Und da versuche ich deutlich zu machen, da hätte ich früher auf den Trip kommen müssen, dass man schon Anfang dieses Jahrzehnts mit einer Konsolidierung des Landesbankensektors hätte beginnen müssen. Aber bis heute hält sich fast jedes Bundesland eine eigene Bank. Nicht nur die Landesbanken verrechnen sich. Die Nummer 2 und 3 der deutschen Privatbanken beschließen im Sommer 2008, wir fusionieren. Die Commerzbank übernimmt die Dresdner. Aus zwei Lahmen soll ein Sprinter werden. Unter unserem Dach entsteht durch die Kombination der bisherigen Nummer 2 und der Nummer 3 ein nationaler Marktführer. Wir, die Commerzbank, untermauern mit dieser Übernahme unseren Anspruch, die führende Bank in Deutschland zu werden. Ich kann mich sehr gut erinnern. Im letzten Augustwochenende hat man dann also diese Übernahme geplant und ist dann am 1. September mit der Nachricht rausgekommen, hat eben eine Analysten-Telefonkonferenz veranstaltet und hat versucht, die zu erläutern. Das ist bei milliardenschweren Entscheidungen üblich. Finanzanalysten aus der ganzen Welt können Fragen stellen. Uns liegt das Protokoll der nicht-öffentlichen Telefonkonferenz vor. Im Dialog mit Finanzvorstand Erik Strutz äußert Hein seine Bedenken. Die Dresdner Bank meldet im abgelaufenen Halbjahr beim Investmentbanking bereits einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro. Die Commerzbank kalkuliert aber das Gesamtrisiko der Fusion nur mit 1,2 Milliarden Euro. Ist das Risiko nicht so niedrig? Können Sie uns das mal erklären? Finanzvorstand Strutz antwortet knapp. Wir haben uns die Papiere angeschaut und sagen, das ist zu erwarten, das könnte verloren gehen. Das kalkulierte Risiko der Fusion ist niedriger als allein der Verlust des Investmentbankings der Dresdner? Kein halbes Jahr später ist die Commerzbank fast pleite. Die Milliardenverluste der Dresdner ziehen sie in den Abgrund. Wenn dann ein Traditionsunternehmen mit zusammen 70.000 Mitarbeitern dann durch so eine falsche Entscheidung plötzlich pleite ist, dann macht einen das sehr, sehr wütend. Ich habe damals auch den Finanzvorstand damit konfrontiert und der hatte auch Verständnis für die Sicht. Das haben die auch heute noch, sagen sie, aber Konsequenzen müssen sie nicht ziehen, weil die würden sie ja nur ziehen, wenn sie persönlich was falsch gemacht hätten. Die Rettung der Commerzbank kostet den deutschen Steuerzahler 18 Milliarden Euro. Eine Bankenfusion dieser Dimension wird doch von der Politik abgesegnet. Die ist von der Politik nicht angelegt worden. Ich weiß, dass es solche Gerüchte gibt. Ich weiß, dass es die Gerüchte gab, Frau Merkel und ich hätten auch Einfluss genommen. Und wir hätten zum Beispiel ausländische interessierte Investoren, die die Dresdner Bank gerne einbezogen hätten, versucht abzuhalten. Das kann ich dementieren. Weder ich noch, soweit ich weiß und bin mir ziemlich sicher, Frau Merkel hat damals interveniert. Mit Lehman 2008 hörte der Spaß echt auf und alle steckten irgendwie mit drin. Steinbrück, wenn du die jetzt hängen lässt, fliegt dir alles um die Ohren. Im September 2008 kommt die Finanzkrise im Depot des Kleinanlegers an. Das hat bedeutet, dass die 8000 Euro, die wir angelegt haben, erstmal weg waren. Und das war Geld von meiner Oma für meine Tochter. Eine böse Überraschung für die Kunden mehrerer großer Sparkassen. Sie hatten keine Ahnung, dass sie an der großen Zockerparty teilgenommen hatten. Die Sparkassenberater hatten Lehman-Zertifikate unter die Depots gemischt. Ich war dabei, das Zimmer meiner Tochter zu renovieren. Als dann der Bankberater angerufen hat, vor Mittags haben wir schon im Radio gehört, dass Lehman pleite ist. Und wir haben gesagt, Gott sei Dank haben wir sowas nicht. Und der dann sagte, wir sollten mal vorbeikommen mit unserem Depot, wäre was nicht in Ordnung. Und wir sind dann auch hin und die haben uns dann eröffnet, ja, Lehman ist pleite. Wir hatten wohl Zertifikate gekauft, was wir nicht gewusst haben. Wir haben gedacht, es wäre Festgeld und es wäre alles weg. Auch die Berater der sonst so soliden Sparkassen haben keine Ahnung von den Risiken, die in den Lehman-Papieren aus New York schlummern. Heinrich Hasis, damals Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Ich glaube schon, dass die Berater wussten, was ein Zertifikat für ein Risiko hat. Aber niemand auf der Welt hat geglaubt, dass Lehman-Papier das pleite geht. Ich selber hatte mir ein paar Jahre vorher mal eine schwierige Konstruktion erklären lassen, weil ich Sorge hatte, was machen wir denn da, was geschieht da. Und habe mir dann das erklären lassen, wie viel Haftung ist da dahinter und wie läuft das alles ab. Und dann kam so an der zehnten, elften Stelle noch, ja gut, und dann müsste auch noch niemand bei das pleite gehen. Und ganz ehrlich, da habe ich auch gesagt, ja gut, also dann ist die Welt eh verloren. Über den Ursprung der Finanzkrise herrscht Einigkeit. Die Große Koalition verkündet den Freispruch in eigener Sache. Insofern würde ich sagen, dass die Schuld oder die Ursachen schon im angelsächsischen Raum liegen. Die USA, meine Damen und Herren, und darauf lege ich gesteigerten Wert, sind der Ursprung der Krise und sie sind der Schwerpunkt der Krise. Es ist nicht Europa und es ist nicht die Bundesrepublik Deutschland. Nur zwei Wochen nach Lehmann macht eine Deutsche Bank Schlagzeilen. Die Münchner Hypo Real Estate ist in Zahlungsnot. Eine Bank so groß wie Lehmann und achtmal größer als die IKB. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht, als Angela Merkel mit Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, telefoniert. Heraus kommt eine Bürgschaft von 35 Milliarden Euro. 27 übernimmt der Staat, 8 Milliarden die privaten Banken. Aber die HRE wackelt immer noch. Drei oder vier Tage später, ich war damals mit weiten Teilen der Bundesregierung in St. Petersburg, ich telefonisch die Nachricht kriege, dass die nochmal, ich erinnere es nicht genau, 15 oder 20 Milliarden an zusätzlichen Kapitalbedarf haben. Da kann ich mich erinnern, dass ich nach einem Stuhl suchte und dachte, du kannst ja tun und lassen, was du willst, das ist ja eine Endlosschleife, in die du reinkommst. Real fließen am Ende 21 Milliarden Euro an Steuergeldern für die Rettung der Hypo Real Estate. Die Bundesbank berichtete uns, dass sehr viel Geld nachgefragt wird, um es auszuzahlen. Einige Banken erzählten uns, dass sich einige drängeln vor den Bankenautomaten. In einem Fall, glaube ich, war ein Bankautomat ausgefallen, aus technischen Gründen. Und schon ging die Gerüchteküche los nach dem Motto, oh, wir kommen nicht mehr an unser Geld ran. Und die allgemeine Einschätzung dann war, es könnte sein, dass es am Montag nach dem Wochenende eine Art Bankrun gibt. Alle Leute rennen zu ihrer Sparkasse, zu ihrer Volksbank, zu der Filiale, ihrer privaten Geschäftsbank und versuchen, das Geld abzuheben, um es unter die Matratze oder in den Strumpf zu packen. Jetzt droht der Zusammenbruch des Systems. Am ersten Sonntag im Oktober 2008 treten die Spitzen der Großen Koalition vors Volk. Ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Und wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Ich kann mich erinnern, dass mir ein Sparkassenmann gesagt hat, Merlemann, ich habe alle Schließbecher verkauft, also vermietet. Ich sage, ja, ist was passiert? Ja, die Leute haben ihr Geld abgehoben, schmeißen es ins Schließfach, kommen jeden Morgen, ich muss mit dem zweiten Schlüssel hin, machen so, ach, mein Geld ist ja noch da. Das war die Situation, als Frau Merkel am Abend gesagt hat, euer Geld ist sicher. Dass die Leute gesagt haben, ich habe nie für möglich gehalten, dass in Deutschland mein Geld unsicher war. Die Spargroschen bleiben sicher, dafür ist der Steuerzahler dran. Die größte Bankenkrise in der deutschen Finanzgeschichte kostet ihn jetzt bereits 74 Milliarden Euro. Ich bleibe dabei, die wesentliche Ursache und der Anstoß ging von den USA aus. Dies ist verstärkt worden durch eigenes Verhalten hier in Europa, aber die Ursache-Wirkungskette ist ziemlich eindeutig. Die Amerikaner fingen an, das wahnsinnige Geld, das im Markt war, den Leuten anzudrehen. Und damit sind sie buchstäblich fast mit Drückerkolonnen von Haustür zu Haustür gegangen und haben gesagt, wollen sie nicht Eigentum erwerben. Für die Politik steht der Schuldige fest. Kein Wunder, dass es fast ein Jahr dauert, bis ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zusammenkommt. Nicht etwa zur Finanzkrise. Einziges Thema, die Hypo Real Estate. War deren Zusammenbruch vorhersehbar? Musste ihre Rettung so teuer sein? Und welche Rolle spielte die Deutsche Bank? Gerhard Schick, damals für die Grünen im HRE-Untersuchungsausschuss. Wir hatten eine sehr schwierige Konstellation überhaupt, um überhaupt sinnvolle Aufklärungsarbeit leisten zu können. Zum einen war die Opposition eben zahlenmäßig sehr klein angesichts der großen Koalitionen. Und die große Koalition hatte kein Interesse an Aufklärung, sondern wollte nur ihr politisches Personal, also die Kanzlerin und Finanzminister Steinbrück, schützen. Trotzdem kommt Peinliches ans Tageslicht. Weil die Politik fachlich überfordert war, verdiente Josef Ackermanns Deutsche Bank als Beraterin 100 Millionen Euro an der HRE-Rettung. Und weil die Bankenaufseher des Bundes es nicht alleine schafften, musste die Deutsche Bank auch noch helfen, die Bücher der Hypo Real Estate in Irland zu prüfen. Das Ergebnis? Die HRE-Tochter Deppfer war in Dublin hochriskante Geschäfte eingegangen. Offensichtlich unbemerkt von der deutschen Finanzaufsicht. Die öffentliche Hand war total unvorbereitet und personell und vom Know-how völlig unterlegen. Herbst 2009. Schwarz-Gelb kommt ans Ruder. Und Wolfgang Schäuble übernimmt von Peer Steinbrück die Amtsgeschäfte im Finanzministerium. Wolfgang Schäuble. Damals 67 Jahre alt. In der großen Koalition Bundesminister des Inneren, unter Helmut Kohl noch Chef des Kanzleramtes. Von Beruf Rechtsanwalt. Ich habe ein bisschen unterschätzt, als ich Finanzminister wurde, in welchem Maße man da international tätig sein muss. Wegen Finanzmarktregulierung und natürlich auch wegen der Euro-Krise, die uns dann erst so richtig ereilt hat. Die ist ja erst so richtig virulent geworden Ende 2009, Anfang 2010. Und jetzt der Schäuble. Würde ja gern einen dicken Schlussstrich unter die Krise ziehen. Finanztransaktionssteuer. Lustige Idee. Macht jetzt einen auf großer Regulierer. Ausgerechnet der. In Deutschland haben alle politischen Kräfte Ende der 90er Jahre und Anfang 2000 an dem Wettbewerb mitgemacht. Je weniger Regulierung, umso besser für den Finanzplatz Deutschland. Die Banken haben das auch befeuert. Die haben es geglaubt und haben mitgemacht. Deregulierung, Deregulierung. Und am Schluss waren die Finanzmärkte so dereguliert, dass sie sich selbst zerstört haben. Und deswegen muss man denen jetzt sagen, Leute, hört mal auf mit euren Sprüchen. Ihr müsst schon einsehen, was ihr angerichtet habt. Und ihr könnt es ohne den Staat nicht. Der Staat. Das ist die Aufsicht. Eine Behörde. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin. Die bekommt gerade mehr Befugnisse und neues Personal. Aber nach wie vor arbeiten dort in erster Linie Juristen. Komplexe Bankgeschäfte kennen sie nur aus der Theorie. Wir hatten den Eindruck, dass wir, und ich sage ganz bewusst, leider den Regulierern voraus waren. Wir hätten uns viel besser gefühlt, vor allen Dingen in der Leitung einer Bank, wenn wir gewusst hätten, dass das Netz der Regulierung, ich nenne das immer die Leitplanken, die der Gesetzgeber einbauen muss, wenn die der neuen Geschwindigkeit und der Fahrzeugdichte entsprochen hätten. Wir hatten Zweifel, dass das so der Fall war. Und das musste bei uns ja dazu führen, dass wir selbst mehr aufpassen mussten. Wir hätten etwas mehr Guidance damals schon brauchen können. Und im Rückblick würde ich sagen, ja, hier ist nicht alles gemacht worden, was man hätte tun können. Jetzt soll ja die berühmte Aufsicht bei der EZB eingegliedert werden, soll angesiedelt werden, soll angedockt werden. Jetzt sucht man Fachleute. Wissen Sie, da müssen wir schon ausgefuchste Typen haben. Ausgefuchste, die jede kleine Verästelung der Finanzgeschäfte kennen. Die müssen in den Türmen sitzen und müssen das nachvollziehen. Außerordentlich schwer. Die richtig was können, gehen nicht in die Aufsicht. Die bleiben da, wo die die Kohle machen können. Aber so viel Kohle wird es in der Behörde nie geben. Und so läuft die Aufsicht den Finanzjongleuren weiter hinterher. Statt die BaFin für Fachleute attraktiv zu machen, hofft der Finanzminister auf ein Entgegenkommen der Banker. Das muss im Einzelfall entschieden werden. Das kann man nicht alles in Regeln. Der Gesetzgeber macht ja mehr oder weniger allgemeine Regeln. Aber im Einzelfall ist es so kompliziert. Außerdem muss jemand die komplizierten mathematischen Formeln, die Algorithmen und das ganze Zeug lesen, verstehen. Und das ist nicht einfach. Deswegen ist die Transparenz eine Voraussetzung für die Aufsicht. Dass die eben, dass sie überhaupt die Produkte so machen, dass sie die Aufsicht noch erst versteht. Um dann zu sagen, halte mal, halte mal, halte mal, da habt ihr ein Klumpenrisiko, da wird es zu viel. Die Banker sollen die Produkte bitte so machen, dass die Aufsicht sie versteht? Immerhin. Seit dem Weltwirtschaftsgipfel in Pittsburgh 2009 sind diverse Regulierungen in der Diskussion. Zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer. Eine persönliche Managerhaftung. Und Basel III. Ein ganzes Regelpaket, das den Banken Risikogeschäfte erschwert. Initiativen, die nur wirken können, wenn die ganze Welt sich daran hält. Jedes wichtige Finanzzentrum muss mitmachen. In England sagt man, die Truthähne stimmen nicht für Weihnachten. Das heißt, man wird nichts unterstützen, was einem schadet. Der Wille der City of London, etwas zu ändern, ist praktisch bei Null. Alles soll genauso bleiben, wie es war. Wer Finanzmärkte regulieren will, muss wissen, Banker tun alles, was nicht ausdrücklich verboten ist. Was wir gemacht haben, war nicht illegal. Aber wir haben ganz sicher den Geist der Gesetze verletzt. Indem wir diese Produkte kreierten und es deutschen Investoren ermöglichten, sie überhaupt zu kaufen. Ob das alles wieder passieren kann? Ich bin nicht mehr im Geschäft und viele andere sind weg. Aber ich glaube nicht, dass man dazugelernt hat. Das Zocken geht längst weiter. Billiges Geld, niedrige Zinsen. Risiko lohnt sich schon wieder. Am Ende des Tages können Sie aber alle Krisen auf eine einfache Sache reduzieren. Zu viel Schulden. Wie die verpackt werden, wie die genannt werden, als Derivat, als Wertpapier, als Option, als Wechsel oder was man auch immer in der Geschichte für Namen dafür gefunden hat. Am Ende war die tiefe Ursache ein Übermaß an Verschuldung. Diese tiefe Ursache ist nicht verschwunden. Die Schulden sind nach wie vor in der Welt. Und irgendwann müssen sie bezahlt werden. Die Frage ist nicht ob, nur wer und wann. Ich meine, wir wären blöd, wenn uns das nur mal passieren würde. Ich meine, wir wären ra questions von Ihnen,